Willkommen zu einer neuen Folge von WoW-Quests. Heute bin ich in Unterstadt und mache ja die Koch-Quest. Heute ist die Quest hier schmeckt lecker, dafür müssen wir acht Blendwasserschnecken aus dem Blendwassersee holen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Gehen wir gleich mal zum Flugmeister. Ich glaube da muss ich wieder nach Tierressort raus. Ein bisschen lässig wenn man noch nicht selber fliegen kann. Da gibt es zwar auch einen Fußweg, aber ich kenne mich da in Unterstadt nicht so gut aus. Ich hoffe ich schaffe das zeitlich alles, weil ich mit dem Hauptschar kann ich auch noch nicht reiten. Da ist das Level 14. Da wird das alles zeitlich ganz schön eng. Weil ich habe ja nur zehn Minuten Aufnahmezeit. Ich muss mir jetzt endlich mal das Aufnahmeprogramm ganz kaufen. Beziehungsweise überhaupt kaufen, weil jetzt eigentlich nur die kostenlose Version, die man halt zehn Minuten aufzeichnen kann. Maschen und runter. das ist übrigens der Hordenballon den ich hier bei mir habe den könnt ihr auch mal mit einer Quest bekommen so jetzt hier mal ein Blendwasser säe das sind auch noch die Erschlschnecke seht ihr die Symbol mit den 3 Beuteln da drauf und müsst die fangen unten habe ich gerade die nächste schon gesehen das ist im Prinzip das gleiche wie ein Orgrimmar die Quest Flusskrebs à la Creole nur dass ich sagen muss die Schränke sind eigentlich leichter zu fangen wobei ich halt allerdings sein Bauch Glück habe und kein anderer die Kochquest macht das ist dann hier auch immer ein bisschen eng müssen natürlich auch darauf achten damit ihr noch genügend Atemluft habt nicht dass ihr bei dieser Quest noch ertrinkt dann haben wir vielleicht die nächste da hinten dann haben wir schon bald noch zwei Stück dass hier auch schon die nächste Gantt hinten leuchten das ist mittlerweile auch gut das war früher auch nicht immer solange sich das so angezeigt hat ihr seht aber auch in der Minikarte immer den blau eingefärbten Bereich das ist immer der Bereich bei einer Quest wo ihr die Questgegenstände jetzt tauchen wir mal vorsichtshalber auf dass wir ein bisschen Luft bekommen erstmal zur Kalle gucken schnellsten Weg nach Brill wenn ich dort wieder an den Flugpunkt komme da vorne sehen wir auch schon die Brille müssen es sein dann schmüller ich an die Stadtmalen von Brill jetzt schnell zum Flugmeister dann haben wir es auch schon gleich geschafft in der Stadtmalen von Brill Einklicken, Unterstadt anwählen, und dann geht es los. Hier kommen wir schon an den Eingang von Unterstadt. Jetzt fliegen wir durch die Kanalisation, jetzt sind wir auch gleich da. Hier durch und dann müssen wir da sein. Ich runde zum Questgeber. Hier haben wir schon unseren Questgeber. Quest einkriegen, die Questgeber abgeben. Schon bekommen wir 2 Kochfertigungspunkte und eine Feinschmeckermarke. Und 975 Erfahrungspunkte. Geben wir ab. Und dann haben wir den Erfolg 5 tägliche Quests abgeschlossen. Gut, ich habe mit dem Halter auch noch nicht viele Quests gemacht. So, das war es dann für euch schon wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.